Die Königsdisziplin der Neukundenakquise, wenn Sie Xing nutzen, ist die Empfehlen-Funktion. Das funktioniert so, Sie identifizieren jemanden als Zielkunden, der nicht Ihr direkter Kontakt ist, sondern jemand anders, den Sie kennen, bei Xing kennen, der kennt den wiederum. Und jetzt bitten Sie, Sie gehen nicht den Weg der Direktansprache, sondern jetzt bitten Sie Ihren Kontakt, Sie beide vorzustellen. Eine Art Empfehlungsmarketing, nur elektronisch, bei Xing. Das funktioniert hervorragend. Am besten kommentiert derjenige, der Sie beiden vorstellt, auch noch die Situation, warum er Sie vorstellt, warum Sie beide auf jeden Fall sich kennenlernen sollten. Und dann rate ich Ihnen, nehmen Sie den Kontakt telefonisch auf und beziehen Sie sich auf die Vorstellen-Funktion bei Xing und dass Ihr gemeinsamer Bekannter diesen Kontakt empfohlen hat und kommen Sie ins Gespräch. Das ist eine Kleinigkeit, funktioniert hervorragend und ist wirklich die Königsdisziplin. Probieren Sie es aus.